Was versteht man unter einer Turbine? Nichts, viel zu laut. Und mit diesen Worten begrüße ich euch zu einem weiteren Parts Super Mario 64. Ja, ähm, wir gehen hier mal die 8 Sterne rund. Ja, wir haben 77, mal schauen wie viel wir diese Folge schaffen. So, hier holen wir uns die 8, ja, 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 ja. So. Wir nehmen erst mal die Kappe hier. So, hiermit sind wir unverwundbar. Oh, jetzt werden wir fast runtergefliegt. So. Und hier drauf. Und hier rüber. Und kommen wir jetzt hiermit so hoch. Oh, oh, nein, kommen wir nicht. Okay. Ah ja, ich muss schauen, dass ich wieder ein bisschen mehr spreche währenddessen. Ja, wir wollen ja alle Münzen holen. Und, ui. Ja, jetzt müssen wir mal warten. Oh, ho, ho, ho. Ähm, und zack. Oh. Ist hier irgendwas drinnen? Auch ein Leben? Ja, das nehmen wir natürlich mit. So. Zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht, wo hier die Münzen sind. Äh, zweite. Und ist hier noch irgendwo eine? Oh, nee, nee. Hier gehen wir mal. Hier warten wir. So, ich hoffe, euch gefällt es, dass es hier mit Mario weitergeht. Drei. Hier ist dann die vierte. So. Ah, okay. Wir warten, wir warten. Nein, nö. Wir haben Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Nur mal schauen, wo hier noch Münzen sind. Hier ist die vierte. Und drüber. Ah, dahinter dann, okay. Einmal den Gumba-Gumba-Umba-Lumba wegmachen. Okay, wir müssen hier nach unten. Und jetzt ganz langsam. Ich hoffe, das Ding geht nicht weg. Nö, nö. Oh, hier könnte nochmal ein Leben sein. Ah, wir haben die Münze nicht eingesammelt. Jetzt. Ist hier noch ein Leben? Oh, ja. So, dann geht es wieder zurück. Huh, 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 huh. Wo ist die nächste? Wo ist die nächste? Ah. Ist hier drin denn irgendwo eine? Ja, hier an der Seite. So. Und hier hoch. Ah, wie kommen wir da hin? Kommen wir hier so rüber? Ja, sehr schön. Ah, ich sehe halt nichts. Die sechste. Ah, okay, okay. Ich weiß gar nicht. Kriegt man hier vielleicht 100 Münzen zusammen sogar? Ich glaube aber nicht. Weil wir haben jetzt schon 46. So. Ähm. Ja, heute ist Super Mario. Die Abstimmung läuft. Äh, ist vorbei. Da ich jetzt hier aufnehme und nicht weiß, äh, wer gewonnen hat. Okay. Okay, wir haben rote Münzen verpasst. Ach, nein. Wir haben hier ganz unten wohl eine rote Münze verpasst, ja. Und hier oben, glaube ich, auch eine. Ich schaue nochmal. Ja, wir haben hier oben auch eine verpasst. So. Uh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Wir probieren es nochmal. Die ersten drei Minuten sind, ja, für die Katz gewesen, jetzt, ja. So, ja, 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 ja. Hier ist eine. Okay. Oh, wie erwische ich die? Ah, ich glaube, ich weiß, wie. Okay, 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 okay. So, einmal. Und zurück, und zurück. Ja. Wir haben die erste. Sehr schön. Wir holen uns wieder die Metallkappe. Und jetzt die zweite. Wir vergessen dieses Mal keine. Hui. Nee, wir bekommen hier aber auch keine, äh, keine, wie sagt man, 100 Münzen zusammen. So. Okay, die Leben sind mir jetzt auch egal. Jetzt geht's hier im Schnelldurchlauf. Die Münzen holen. Wir holen uns die da. Hui. Äh, er geht doch vorbei, Junge. Junge. Warum hast du nichts gelernt? Und die da. Hui. Ah, es war knapp. So, und die da. Und jetzt dann bloß keine vergessen. Die da hinten nehmen wir noch mit. Ja, sehr schön. So. Da geht's auch sehr schnell drüber. Bam, 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 bam. Und wieder zurück. Zwei Münzen noch. Eine ist hier da hinten. Hui. So. Jetzt einmal hier vorbei. Okay, sehen sollte man schon was. Jetzt muss ich schauen, wie ich da hochkomme. Äh, ich glaube trotzdem fast mit dem Weitsprung. Puh. Puh. Ja, wo ist denn die Münze jetzt? Äh. So, einmal. Nee. Ist da hinten. Okay. Weiß nicht, ob ich es jetzt mit dem Weitsprung schaffe. So nicht. Ja. Und zwei Leben. Und wir haben die acht roten Münzen, Leute. So, und hier. Ja, dann kommt der Stand hier hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Bowser besiegen müssen. Keine Ahnung. Aber, ja, ich würde sagen, wir besiegen ihn nochmal. So, und hier hoch. Und hier hoch. Ja, erstes Bowser-Level ist jetzt halt nicht so schwer, sage ich mal. So, aber wir haben hier unseren Stern. Here we go. Ah, jetzt habe ich nicht gespeichert, ich Idiot. Ja, okay. Käffchen. Ah, der macht ja noch nichts. Ja, 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 ja. Ja, bla, 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 bla. So. Ja, der ist ja auch noch sehr langsam zum Beispiel. Ja, ich muss meine Kamera ein bisschen ändern. So, 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 so. Hallo, lass doch los. Mein Gott. So. Eins, zwei. Da haben wir ihn. So, er ist kaputt. Ja, ja, bla, 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 bla. Und wir bekommen den Schlüssel. Ah. So, ja, nehmen wir den Schlüssel. Sehr schön. Here we go. So. Und dann haben wir hier auch den geheimen Stern. Ja, komm, mach es hin. So, wir haben auch gespeichert. Und, ja, gehen wir zum nächsten. Ich weiß jetzt allerdings nicht wohin. Ähm, wir könnten mal nach oben gehen. Da waren wir weniger. Ähm, ja. Also, ich hab mir für die Sterne, wo ich hier keinen Plan hab, mal die Lösung auch nebenbei aufgemacht. Ich hab sie mir natürlich noch nicht durchgelesen. Ähm, hier. Genau, hier. Und wir gehen einfach mal hier rein. Mal schauen, was hier zu machen ist. Gib dich zur Spitze der Insel. Ja. Ähm. So, einmal. Zweimal. Ich glaub, hier muss ich nämlich gar nicht rein. Genau, ich muss hier. Äh, ja, ich seh nichts. Mensch. So. Das weiß ich noch. Die hab ich nämlich früher mal geschafft, die Aufgabe. So. Oh. Hei, hei, hei. Mensch, nee. Mensch, nee. So. Da hoch, genau. Und da haben wir den Stern auch. Ganz langsam, hier ganz langsam. Hui, 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 hui. So. Ähm, ja, aber ich bin noch jetzt da. Hä? Wir sind doch an der Spitze, Leute. Ähm, ja. Okay. Hier geht's nicht mehr höher. Ist der drüben still? Haha. Nein. Haha. Ähm, okay. Mama Mia. Mama Mia. Wir waren doch jetzt an der Spitze von der Insel. Mein Gott. Wie gibt dich zur Spitze der Insel? Ja. So, einmal. Zweimal. Hä? Ja, ich mach das jetzt noch mal. Da drüben ist doch die Spitze der Insel. Oder muss ich hier rüber irgendwie? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ist das wirklich hier rüber? Keine Ahnung. Wir können ja mal mit dem Bob um hier reden. Ja, ja, sehr schön. So. Und jetzt? Gehe ich einfach mal hier hoch. So. Was war das? So, das war für irgendeine andere Quest. So. So, okay. Ähm, ja. Aber jetzt sind wir doch denn hier an der Spitze der Insel. Hä? Hallo. Oh. Okay. Äh, ja und jetzt? Ähm, ja. Ähm, ja. Ja, wie gibt dich zur Spitze der Insel? Hallo, ich bin auf der Spitze, Leute. Mann. Da muss doch jetzt ein Stern sein. Kann doch nicht sein. Ja. Bin doch hier auf der Spitze. Wo ist der Stern? Warte, ich schaue das kurz nach. Ähm. Wir sind im Gulliver Gumba. Gulliver Gumba. Haben wir hier. Ach, muss ich vielleicht in die große Welt? Die Schnippschnappe ran. Ja, das haben wir. Äh, geh wieder zum Rohrsprung. Ja, geh weiter und aktivier den geaktivieren den Schalter. Ja, klettern. Rückwärts halt. Woppla. Klettern. Am besten. Ja, ja. Dann nicht mal. Wann ist es noch? Geht den Weg weiter nach oben. In der gelben Box befindet sich der Stern. In welcher gelben Box? Hier muss irgendwo eine gelbe Box sein, Leute. Nein. Nein. Da muss irgendwo eine gelbe Box oben sein. Und ich muss ins kleine Bild. Also das habe ich sogar richtig gemacht. Da muss irgendwo eine gelbe Box sein. Und springt dort ins Rohr, wo die Eisenkugeln rauskommen. Ich kann doch da nicht in ein Rohr springen, wo die Eisenkugeln rauskommen. Ach so, in das Rohr soll ich reinspringen. Ja und jetzt? Ähm, ja. Und dann? Jetzt. Oh. Oh, das war ganz knapp, Leute. Das war... Ey, diese Kameradrehungen. Diese Kameradrehungen. Ach so. Und da ist jetzt ein Stern drinnen. Alter, wie soll man denn das wissen? Wie soll man denn das wissen? Hier we go! Okay. Ja, dann haben wir jetzt den Stern. So. Wir machen den nächsten Quest. Ich habe leider jetzt gelesen, dass wir hier auch ins kleine Bild müssen. Die machen wir jetzt noch. Und dann ist auch wieder gut für heute. Ich trete noch einmal gegen Kuba an. Ich habe jetzt leider den Anfang gelesen, was ich machen muss. So. Wir müssen nämlich wieder in dieses Rohr springen. Und dann anscheinend gegen Kuba... Äh ja, in der ersten Welt sind wir ja mal gegen Kuba angetreten. So, jetzt muss ich nur einen Kuba finden. Ja, ich finde... Ich habe die Ziellinie gerade schon gesehen. So. Ist der dann auch hier oben irgendwo, oder was? So. Der wirft uns nicht runter. Hier ist kein Kuba, oder? Nö. Hä? Okay. Gucken Sie hier hoch. Nö. Und gehen wir wieder nach unten. Wo ist Kuba? Alter, diese Sicht. Ich gehe jetzt noch mal runter. So. Okay. Ich nehme mal hier dich. So. Und jetzt schauen wir mal, wo wir Kuba finden. Okay. Ganz langsam hier durch. Hui. Wo finden wir Kuba? Nein. Nein, hier ist nur ein Pyranja. Hier ist nur ein Pyranja. Hier ist kein Koopa. Bam, bam, bam. Okay. Langsam wieder. Und hier zurück. Und jetzt wieder schnell werden. Da ist auch ein Pyranja. Okay. 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 Hier ist eine Kanone. Huh. Okay. Ja, ich hau jetzt mal hier dagegen. Und gehen wir hier rüber. Wir suchen Kuba. Wir suchen Kuba. Ja, das reicht doch gerade schon. Mann. Ja, schön. Alter. So. Da hinten vielleicht. Ah, da ist er. So, jetzt machen wir die erstmal kaputt. So, und mit dir weg. So. Genau, das wollte ich nämlich vorhin probieren. Wenn wir die Goombas mit... Okay, wo ist die Ziellinie? Wir müssen hier... Jetzt muss ich nur schauen, wie wir hier die Ziellinie... Ich glaube, 25 Sekunden. Das habe ich nämlich auch gelesen. Ähm, ja. Wir reden einfach mal mit ihm. Bla, bla, bla. Lang ist sehr, ja. So. Okay, wir... Gehen hier jetzt einfach mal. Nein. Nein. Aber ich weiß jetzt, wohin. Okay. Den Stern machen wir noch. Ei, ei, ei. Oh Gott. Ah, ja. Wir gehen da jetzt ganz schnell hin. So, und zack. Und zack. Und zack, zack. Wir müssen ja in das Rohr dann rein. Hui. Oh, ah. So. Oh, das war... Das war gekonnt, Leute. Das war sehr gekonnt. So. Und jetzt müssen wir... Äh... Dahinter. Tja. So. Jawohl. Hier ist Koopa. Den machen wir kaputt. Ähm, ja, also wie gesagt, die 100 Münzen mache ich natürlich, ähm... Äh, ja, die 100 Münzen mache ich natürlich alle offscreen. So... 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 Wir haben es geschafft. Koopa, kommt! Äh, 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 äh... Ich weiß, diese Quest, ich kann mich noch dran erinnern. Ähm, ich habe die früher nie geschafft. Aber mit dem Weitsprung, ich habe auch diesen Weitsprung, glaube ich, nie genommen. Vielleicht habe ich deswegen nie alle Sterne gehabt. So, da haben wir es. So. Unser 80. Stern, Leute. Ah, so. Das fühlt sich gut an. Das ist ein schöner Abschluss für diesen Part. Und nächstes Mal gehen wir vielleicht... Äh, nicht vielleicht. Wir gehen nächstes Mal einfach in ein anderes Level. Machen da noch ein paar Sterne. Und, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Was ihr wollt. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Ja, am Mittwoch. Zu einer weiteren Folge Super Mario 64. Bis dahin, einen angenehmen Tag. Und Servus.